Musik 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 Was nachts ey? Ich fahr jetzt einfach in eure Richtung. Ey, war der Polizeisperre. Ich hab'n Helikopter hinter mir. Ah, da ist Livow. Oh Gott. Na, Scheiße. Ja, scheiß auf die Ziele ey. Ich versuch grad hier die Brüllen abzuhängen. Ich hab Krischi gesehen. Oh, Krischi, das sieht aber nicht so gut aus. Alter ey. Wer fällt ein, ist immer kürzer. Ah. Oh Gott. Ah. Was ist das denn hier ey? Was denn? Sonnenblumenfeld. Krischi, ich bin vor dir da. Ne, ich auch nicht. Bin da. Aber ganz ruhig auch. Ich bin immer noch zu Trümmer die Ziele hier. So, ich hab' euch eingeladen. Verdammte 16 FPS. Ja, das ist schon ganz schön hart. Ja. Ich spiel' mit 60. Ja. Ja. Wir haben ja gerade erst angefangen quasi. Ne, also. Ja. Ich hab halt echt nicht mehr. Aber das wird auch noch. Das müssen wir auch gut Rallye. Müssen wir wieder irgendwo kaputt fahren? Cool, ich mag Rallye. Geht, die springen da immer nur bei allen rüber. Ja. 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 Ne, ich glaub wir müssen nichts. Äh, Dings. Wir müssen einfach nur... Gelände fahren, Kinder! Huuu. Attacke! Nein, nicht nur Attacke! Oh Leute! Alter. Ihr Spackos. Alter, ihr habt mich voll gesandwiched. Boah, ihr Lutscher ey. Ehrlich ist Krieg, mein Lieber. Ja, Alter, du von rechts. Yen ist von links ey. Ja, bin ich halt sehr, sehr lieb. Ja, fickt euch ey. Ich bin nicht das Würstchen. Boah, das gibt's doch nicht, Mann! Ich nicht. Was war das denn jetzt? Kackspasso ey. Jens, hau ab da. Meine Fresse ey. Das ist Karma ey. Ich fahr nur geradeaus. Da kommt der auf einmal... Ich dreh mich auf der Strecke, Alter. Ja, das kann Juni. Oh, warte. Oh, das ist gut, dass ich... Das war knapp. Oh, ich schaff's gleich nicht. Oder? So ein Kackspassermacken ey. Puh. Ich war auf der Brücke, Alter. Und warst du auf der Brücke? Weiß ich nicht. Hier ist ne Sprungschanz. Oh, ich bin voll dran vorbei. Ja. Ja. Ja, das äh... Ja, ist richtig, Alter. Ich spring da über den Hügel und direkt dahinter steht erstmal ne Betonwand ey. Hey, wir gehen die Zeit aus. Nein. Oh nein. Verkackt. Ich bin raus. Oh Gott ey. Jodi. Ohne dass sie dich in die Fremde gehen. Ja. Meine Güte ey. Du bist ja nicht. Wie asozial ey. Ja, echt. Jodi, ohne Rücksicht auf Verlust. Ja, echt. Jodi. Einfach alles wegrollen. Kackspass im Macken ey. Echt ey. Penner. Das hat doch gut geklappt. Ja, genau. Mann, Mann, Mann. Oh, macht ihr über 1000 Punkte? Ja. Fick dich ey. Echt? Jetzt gehen wir auf Juni ey. Ja, genau. Ja, diesmal ist Juni das Würstchen in nem Sandwich ey. So wird's gemacht. Und ein Rekord aus ne klare Botschaft. Ich sag ja, es war leicht alleine. Oje? Achso, wir müssen jetzt mal wieder starten. Ja. Was ist denn das drin? Äh, das ist ne gute Frage. Ja. Oder? Ähm. Das ist ne gute Frage. Ich seh das gar nicht mehr. Nein, ich seh es nicht mehr. Hä? Ich hab's noch nie gesehen. Ich grad auch nicht. Puh, ja da müssen wir weitermachen. Ja. Das ist doof. Oh, ich hab hier eins. Ich hab was. Einladung ist schon raus. Sehr gut. Toll ey. Ich fick euch jetzt sowas von weg ey. Ich freu dich jetzt nur dran ey. Freunde bis zum Ende. Äh, äh. Nichts nach Freunde. Äh, fuck. Das war richtig nervig. Das war richtig nervig. Okay, dann machen wir's jetzt noch nerviger. Ja. Haha. Juni, das glaub ich dir sofort. Ja, wir müssen, wir müssen der Crew halt entkommen und das ist richtig kacke. Was ist denn das für ne Einstellung? Ach, entkommen? Ja, ja. Ja. Ich überspringe dann mal. Ich will auch mal geschützt werden. Oh, wer ist das hier? Jens. Ah, ihr leckt die ab, das ist gut. Boah. Juni, hast du mich grad mega weggerammt. Nein, das waren die. Zoe, Troy weiß, dass ich die V2 nicht gekillt hab. Was? Ach, jetzt weiß ich was Krishi meint. Jetzt hab ich auch die Schützen. Ja, dann ist das aber Juni oder so. Ja, die verfolgen mich. Und zwar hammerhart. Ja, genau. Und wir müssen halt die anderen da wegrammen, ne? Drehen wir mal ein paar Kreise. Oh. Ja, fahr weiter. Das ist schwierig ey. Das kriegen wir hin. Fahr, 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 fahr. Das ist kühl, ich will kühl irgendwann. Was ist denn? Ja, ich mach ihn weg. Ah, ey, mach ihn doch nicht weg. Juni, du musst dann kommen. Juni! Ja, du musst dann kommen. Wie voll geht es dir zu spät. Er fährt hier im Kreis, ey. Ich dachte, ich war... Okay. Proud to be a hero, ne? Ach so, jetzt weiß ich auch, wie das dann mit der Crew gemeint ist. Das ist natürlich dann geil, wenn einer entkommen muss. Ja, schön in der Crew arbeiten. Ich treffe die immer nicht. Das ist mir jetzt so die restlichen vom Sack halten und dann... Oh, ich bin die beiden rübergesprungen. Schön geradeaus, immer weiter. Oh, da von da vorne ist irgendwas. Ich glaube, da kommen auch wieder welche nach. Ja, da auch Helikopter. Eine Sekunde nachgeschafft. Sehr gut. Ah, dann check ich das, wie das gemeint ist. Alles klar. Die anderen müssen die Autos wegrammen, dass er wegkommt. Ich habe leider nicht so eine gute Leistung. Ich habe keinen getroffen. Ich bin am Anfang einfach nur so, oh, die fahren Juni hinterher. Schnell nach links abbiegen und weg. Ich bin der Einzige, der das gerafft hat. Oder was, ey. Ja. Und ich bin der Einzige, der da halt dem Typen hinterherfährt und schützt ihn drüber. Da kommen die alle weg, ey. Da hast du auch einige weggerotzt, ne? Ja, ja. Ich habe mich auch nicht angestrengt. Hat es aber am wenigsten Punkt. Ich schätze. Ich freue mich nicht. Okay. Was habt ihr noch im Angebot? Ja. Ich hatte hier noch einen irgendwo. Oh, das war der. Hier habe ich noch einen. Ja, ich habe hier jetzt in St. Louis keine mehr. Ich habe in Chicago einen. Ja, ich habe den habe ich auch. Du meinst der Chauffeur, ne? Ja. Dann starte an. Sehr schön. Die Mission beginnt gleich. Ja. Please hold the line. Please hold the line. Herschel. Aber man steigt auch schnell mit dem Auto auf, ne? Boah. Wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe, ein neues, kann ich dann die ganzen Teile, die ich bis jetzt für das gesammelt habe, auch für das andere benutzen? Wurde auch Zeit. Ist klar. Also mit dem muss ich nochmal alles hochfahren. Ne. Ich bin schon wieder letzter. Den Typen einfach nur eskortieren und möglichst nirgendwo gegenfahren, Juni. Welchen Typen? Achso, der sitzt bei uns drin, ne? Ja. Möglichst nirgendwo gegenfahren, dann fahre ich genau zwischen die Autos. Boah, es geht nicht weiter. Oh, Jungs, ey. Das war ein anderes Auto. Meine Güte. Es hat ein anderes Auto getroffen. Achtung. Wenn Juni das sagt, heißt das auch ein bisschen. Ja, ja. Ich fühle mich ein bisschen wie in The Fast and Furious. Oh, guck mal. Oh, fuck. Ich habe es auch voll verkackt. Jens. Mann, Junge. Jens. Ich mache das, Jungs. Ich mache das. Ja, bitte. We can do it. We can do it. Niko, das ist. Alter, ey. Das ist ein Bus. Wo kommt denn der Bus? Oh, gut. Der ist gerade gespawnt. Ich konnte durchfahren. Alter. Hey, das gibt es doch nicht, Mann. Ja, da kann man ja gar nicht durchfahren. Fug, ey. Ey, das Rennen habe ich richtig oft gemacht. Einfach nur, um bessere Punktzahl zu bekommen. Und ich bin noch nie so beschissen gefahren wie Jens. Das ist okay. Jens leckt ein bisschen. Weiß, äh, Bus Gas geben, das schaffe ich, aber. Scheiße, Jens kommt ein bisschen besser aus den Kurven raus. Okay, wir sind fast da. Das ist ein Auto mit gutem Grip. Ja. Ich wollte damit gut um die Kurven. So, ich habe es geschafft. Lol, die Autos sind alle despawn, ne? Ja. Als Juni durch ist, ist sie. Ja. Hättest du das nicht früher machen können? Ich bin Uni. Ich habe mir Mühe gegeben. Bloß nirgends, Gegenfahrt. Wap, 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 wap. Ja, echt? Alter, Alter. Oh, Bronze. Was? Golf 2? In dem Spiel? Nur Bronze? Ja, bist du irgendwo gegen gefahren? Nein. Niemals. Sauberes Fahren. 11.20, Krischi. Ja. Was? Ja, er ist am besten gefahren. Ich habe schlechtesten. Ja, guck mal, Alter. Nee, ich habe es voll verkackt. Ich habe ein Auto so dermaßen weggerammt und das dann direkt auf Jens geflohen. Ach so. Das war mega gut, ey. Allgemein haben wir es aber ziemlich verkackt. Ja, allgemein. Wir könnten es nochmal machen, wenn die Mission da ist. Ich würde gerne ein paar mehr Punkte rausnehmen. Ja, lass das nochmal machen, dann. Ja, 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 ja. Schlage Troy, wollen wir mein V4 und du bekommst du. Scheiße. Dann fahren wir zusammen, aber das klappt eh nicht. Ich würde gerne mal als Erster starten oder zumindest neben euch. Nicht immer hinter euch, ey. Neuer Tüner freigeschaltet. Boah, ich habe jetzt ganz viele neue Rennen. Boah, das Rennen ist nicht mehr da. Puh. Hä? Warum sind die denn immer alle nicht mehr da? Das ist voll unlogisch. Ja, weil das sind aber auch keine, wo man einen Kranz nachher rumkriegt, sondern das sind halt solche Ausrufezeichen, weißt du? Ich habe das nächste. Ja, wir sind jetzt in New York. Komisch. Ja, wir sind jetzt in New York.